moin moin liebe leute willkommen zurück auf mein kanal und wir machen hier in world of warships weiter mit unseren kreuzer vergleich und heute kommt wie ich finde einer der spannendsten kreuzer vergleiche und zwar die kreuzer der stufe tier 8 denn momentan ist eigentlich auf tier 8 am meisten los das hängt vielleicht damit zusammen dass man dort vernünftige premium schiffe schon bekommt das hängt vielleicht damit zusammen dass auf tier 80 so ein bisschen die spreu vom weizen trennt weil ab tier 8 wirklich der verlust eines schiffes sehr teuer ist das vorankommen auf tier 9 und tier 10 wirklich schon ja entweder sehr zeitintensiv ist oder sehr kostenspielig deshalb staut sich wahrscheinlich so dieses ganze vorankommen von den ganzen neuen spielern immer so bei tier 8 und da geht einfach momentan am meisten in allen bereichen in schlachtschiffen man findet in tier 8 zumindest noch ein paar flugzeugträger die sind ja recht selten auf tier 10 allerdings belohnt jeder weitere schritt tier 9 und tier 10 ein damit dass es keine schiffe mehr gibt die ja in der tierstufe über einem sind auf tier 9 gibt es nur noch eine stufe das ist tier 10 und auf tier 10 ja da ist man einfach am ende der nahrungskette angekommen und kann quasi die nahrungskette nach unten hin immer nur abfrühstücken dementsprechend ist tier 8 auch so ein bisschen gebeutel dass die dann häufig in tier 10 matches ja hineinkommen aber ich finde es ist schon tatsächlich so dass tier 8 schiffe auch tier 10er schiffen durchaus das wasser reichen können oder zumindestens sollte man sie denn nicht allzu sehr unterschätzen ich habe das ja auch schon in meinem hippa video gezeigt also da ist das auch dann kann sich auch gut gegen neuner schiffe anlegen und letztens da hatte ich aber das video nicht am laufen da konnte ich mit einer hippa auch ganz bequem eine zau auseinander nehmen weil ich auch einfach wusste wo bei der zau die schwachpunkte sitzen ich besitze sie ja selber ich spiele sie selber sehr häufig und ich glaube der kapitän hat nicht dämlich nicht allzu dämlich aus der wäsche geguckt als ich ihnen ja quasi vorgeführt habe und komplett zerlegt habe ja welche schiffe treten denn heute im vergleich an dort haben wir bei den japanern die mogami ja die mogami ist quasi wie soll ich das sagen auf tier 8 markiert die mogami so einen kleinen schnitt bei den japanern denn die mogami und danach tier 9 ibuki sind sich sehr ähnlich die mogami hat aber noch einen witzigen witzigen kniff was ihre waffen angeht auf lager und ich muss sagen mit der mogami habe ich denn mich irgendwann mal angefreundet aber denn auf den auf der nächsten stufe auf stufe 9 mit der ibuki ist das denn wirklich schon elendig weil man hat das gefühl man hat einfach kein neues schiff bekommen die sind sich so ähnlich wenn man die mogami ausgebaut hat und dann die auf die ibuki geht hat man einfach das gefühl das passiert gar nichts aber man muss einfach unverhältnismäßig viele spiele spielen um überhaupt noch weiter voranzukommen bis zu zau also hier einmal die mogami tritt dann an im japanischen baum dann haben wir hier im usa baum endlich mal wieder einen würdigen vertreter und zwar die new orleans die new orleans finde ich ist auch wieder so ein kleiner wechsel bei den amerikanern nachdem man sich durch die pensacola gequält hat hat man dann wenigstens mit der new orleans ein etwas fähigeres schiff an der hand und vor allem kommt dieses schiff denn auch mit dem ersten radar und das sorgt dann doch schon für eine menge spielspaß änderungen als nächstes haben wir hier im russischen baum die taschpaev die taschpaev auch wieder ähnlich wie die schorsch auf stufe 7 ein absolut geiles sniper schiff wieder mit sehr präzisen waffen allerdings ein sehr großes schiff und ja ein wohl ein willkommenes ziel für sämtliche schlachtschiffe halt durch die größe durch die länge durch den schönen zitadellen bereich hier in der mitte allerdings kann die taschpaev mächtig austeilen das auf einer guten distanz kommen wir weiter zur nächsten abteilung da tritt unsere hipper an bei der hipper nur schon mal vorab ich habe die hipper ja hier schon mit kapitän und komplett ausgebaut und pipapo mit modulen ich habe mir mühe gegeben das alles rauszurechnen weil ich kann die module hier nicht einfach ausbauen dann mache ich den verlust mit credit points den kapitän nicht einfach rausschmeißen und wieder rein lernen das ist dann auch mit verlusten deswegen habe ich mir tatsächlich die mühe gemacht alle bonis rein und rauszurechnen beziehungsweise die flak habe ich von der prinz eugen übernommen den wert da die sich laut internet recht ähneln das heißt bei der hipper werde ich ein paar werte mit einem sternchen versehen da ist nämlich die wargaming wertung die kann ich nicht rausrechnen ähm ich konnte die einzelnen werte mit rausrechnen also verborgenheitswerte oder irgendwas ähm lass es da wegen der tarnung gewesen sein oder 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 das kann man ja alles noch ziemlich simpel rausrechnen ähm aber da waren dann halt trotzdem einige werte gerade diese wargaming werte ich weiß nicht wie die sich zusammensetzen ähm welche prioritäten die hier bei der artillerie auf 70 kommen das konnte ich nicht deswegen habe ich da dann einfach ein sternchen hinter gemacht aber das sind auch werte äh die repräsentieren nicht viel sondern eigentlich sind diese fakten werte darunter viel interessanter und die konnte ich dann zumindest vernünftig wieder zurückrechnen ohne dass ich hier großartig credit punkte oder eben halt du blumen für investieren musste dann haben wir im nächsten forschungsbaum haben wir die britten da haben wir die eddingberg ja die eddingberg ist mir mal aufgefallen die eddingberg und die fiji sehen sich irgendwie verdammt ähnlich ich habe die britten da ja noch nicht gespielt ich weiß gar nicht ähm ob da überhaupt so ein großer unterschied ist wenn man die beiden so vom spielstil und von der optik ich finde das ja immer schade wenn das ein bisschen auf der stelle tritt also ich könnte mir hier schon vorstellen also hier ist die eddingberg das vorhin war die fiji und ihr seht das ist fast ein und dasselbe schiff vielleicht ist die hier ein bisschen dicker aber es heißt rum nichtsdestotrotz ist dieses schiffchen hier recht stark und darf man auch nicht unterschätzen dann haben wir hier die französischen baum da haben wir die schals mattel das ist das erste schiff was diesen auffälligen riesigen schornstein hier hinten angebabbenzelt hat finde ich irgendwie nicht so prickelnd an sich das schiff hat mich aber in den werten doch schon recht überzeugt kann auf jeden fall gut mithalten und ja ist halt ein recht seltenes schiff ich finde die französischen kreuzer sieht man auch recht selten schreckt wahrscheinlich vielen ab weil man nicht genau weiß wie man den spielen soll beziehungsweise ich finde teilweise sind die maps auch zu klein ja zu klein um wirklich mit den franzosen flankieren zu können und dort die geschwindigkeit wirklich ausnutzen zu können so und dann kommen wir hier noch zu ein paar premium schiffen auf tier 8 da haben wir hier im japanischen baum die allzu bekannte und berühmte artago da musste ich tatsächlich feststellen ich glaube die artago hat ich habe mir sie damals angeguckt als sie raus kam aber ich glaube ich mittlerweile hat die schon so ein paar nerfs abbekommen die waren nämlich früher wie ich fand total übertrieben stark und mittlerweile jetzt wenn ich mir das so angucke haben sie da dann doch ein bisschen nachgeholfen und ich finde jetzt momentan ist sie gut angepasst und finde es auch in ordnung dass sie nicht rausgenommen worden ist wir wissen wurden auf stufe 8 zwei kreuzer entfernt auf premium das waren die belfast bei den briten die ist weg kann man hier nicht mehr kaufen das war quasi eine eddingberg mit he granaten und man konnte bei den russen die michael kutus of so genau die michael kutus of die konnte man dann auf tier 8 kaufen ich habe die kutus of und deshalb habe ich sie jetzt auch noch mal mit rein genommen ihr seht sie ist nackig hier konnte ich tatsächlich den kapitän entfernen und alles mögliche runternehmen ist ja ein premium schiff das kostet mich ja nichts wenn ich das wieder aufschmeiße und dementsprechend konnte ich hier die nackten werte der michael kutus of auch einmal erfassen und vielleicht sehen wir dann nachher ja auch in der statistik warum dieses schiff eigentlich reworked musste und warum man wirklich sagen konnte dass dieses schiff ja tatsächlich ein bisschen op war ich habe es auch schon mal in meinem kreuzer guide erklärt dass ich wirklich finde dass die kutus of und eben halt auch die atago damals die atago jetzt vielleicht nicht mehr ja wirklich ein wenig pay to win waren weil die wirklich doch arge vorteile gegenüber andere schiffe hatten so dann habe ich noch eine andere erfreuliche ankündigung ich weiß nicht ob ihr das so mitverfolgt oder ob ihr das überhaupt mitbekommen habt aber wir haben 100 abonnenten geschafft auf meinem kanal hat mich tierisch gefreut witzig war es dass tatsächlich der 100 abonnent dazu kam als gerade der zehntausendste klick gemacht worden ist auf meinem kanal da gibt es ja bei youtube statistiken da kann man sich das angucken und das hat mich total gefreut und dafür dass ich das hier einfach nur aus spaß und nebenbei als hobby betreibe ist das natürlich schon irgendwie eine coole ehrung oder man fühlt sich auf jeden fall gut dabei wenn man sieht dass das tatsächlich leuten gefällt und die tatsächlich die leute dann auch wieder kommen und sich meine weiteren videos angucken ist einfach schön zu sehen ja kommen wir kommen wir dann einfach mal zu unserer liste ich wollte vorhin noch irgendwas sagen ich komme jetzt gerade nicht drauf egal machen wir einfach mal mit unserer liste weiter hier haben wir sie wieder sehr sehr schlank und übersichtlich kurz noch mal zur erklärung vorab die mogami die gucken wir uns noch mal kurz an die hat nämlich eine kleine sonderstellung da haben wir die mogami so ach jetzt weiß ich wieder was ich erzählen wollte genau erstmal habe ich hier den hafen wieder geändert zu meinem drachenhafen aus dem einfachen grund hier scheint immer schön die sonne und man kann hier immer schön die schiffe sehen auch wenn man sie sich in diesem forschungsmodus anguckt ist das ja mal alles recht düster deswegen habe ich hier immer diesen hafen im hintergrund und das zweite ist da kommen wir nämlich auch wieder auf die tabelle zurück ein ein abonnent oder beziehungsweise jemand hat mir ein kommentar hinterlassen mit einer anmerkung zu der streuung von den schiffen da hatte ich auch so gar nicht drüber nachgedacht da hat er vollkommen recht dass diese werte eigentlich gar nicht so zu vergleichen sind ich habe ja hier immer maximale streuung in metern eingegeben aber diese maximale streuung ist ja auf maximaler reichweite und da die schiffe alle unterschiedliche reichweiten haben ist das so als würde man äpfel mit bönen vergleichen denn zum beispiel hier ein schiff was eine reichweite von über 17 kilometer hat und eine streuung von 142 streut dann ja vielleicht weniger als ein schiff was nur 131 meter streuung hat aber eben halt auch nicht so weit schießen kann deshalb habe ich hier neuen wert eingefügt und den vergleichen wir dieser neue wert das ist die streuung auf zehn kilometer normiert was heißt normiert das ist wieder so eine klingt hochgetraben ist es nicht ich habe einfach den wert der maximalen streuung genommen habe ihn durch ihre maximale reichweite geteilt dann hat man die streuung pro kilometer quasi und das ganze dann mal 10 genommen ja das nennt sich normiert ich habe alles auf zehn kilometer normiert jetzt drücke ich hier wieder irgendwelche sinnlosen knöpfe und dann haben wir hier jetzt tatsächlich einen wert der uns repräsentiert wie weit die kanonen streuen auf zehn kilometer denn zehn kilometer erreicht jedes schiff und ich finde zehn kilometer ist auch ein wert der irgendwas ein bisschen widerspiegelt das ist zum beispiel ein wert gegen den ich häufig bei zerstörern angehe wenn ich irgendwo in zerstörer sehe auf zehn kilometer dann fühle ich mich noch recht sicher und dann will ich auch gucken wie gut treffe ich dann diesen kleinen zerstörer und da macht wirklich jeder meter an unterschied und wer wissen will wie viel streuung ich pro kilometer habe naja das ist auch recht simpel bei zehn kilometern ist das einfach hier immer eine kommastelle verrückt das heißt ich hätte hier nicht 83 sondern 8,3 meter 3,8 meter abweichung pro kilometer also so muss man das sehen also so würde man das denn formeltechnisch ausschreiben aber eben halt jetzt haben wir hier einen vernünftigen vergleichwert und ich danke auch den den abonnenten beziehungsweise den kommentator dafür dass er mich darauf aufgemerksam gemacht hat und ja bringt sowas auch den kanal dann auch voran so denn hier noch mal kurz zur mogami da bin ich ja stehen geblieben die mogami kann ihre waffen wechseln sie hat nämlich am anfang 155 millimeter kanonen damit wird sie ausgeliefert und dann kann sie quasi nach dem upgrade auf den rumpf b kann sie die 203 millimeter geschütze upgraden und dann damit weiterspielen damit ändert sich nichts an der an diesem aufbau sondern es ändern sich einfach nur die türme da kommen neue türme drauf mit anderen geschützen und etwas anderen werten ich habe aber nichtsdestotrotz mal beide hier reingenommen denn ich finde das kann man hier nämlich gut nach geschmackssache auslegen man muss nicht unbedingt auf diese 203 millimeter upgraden und warum wieso das können wir uns ja dann hier gleich mal in ruhe angucken so dann wollen wir doch mal vergleichen wir haben hier im ersten baum also quasi im ersten abschnitt wieder unsere überlebensfähigkeit und hier eigentlich nicht verwunderlich schlägt die hippa zur buche die hippa ist wirklich schon eine kleine kampf sau halt durch ihren hohen hp pool also hohen in anführungsstrichen aber ihre relativ gute panzerung von 160 millimeter nicht ganz so dolle wie bei den russen bei den russen ist das wieder die kanonen die sehr gut gepanzert sind aber trotzdem 160 millimeter steht dem nicht allzu viel nach macht dann trotzdem eine menge spaß die hippa auch ein bisschen aggressiver zu spielen wir haben hier das schlusslicht bei der usa mit der new orleans die ist ja am weichesten hinzu kommt bei der new orleans dafür müssen wir uns sie mal einmal anschauen da haben wir sie die new orleans ruckel ruckel so hinzu kommt bei der new orleans die new orleans hat eine insgesamt recht hohen aufbau und sie hat hier hinten noch diesen hinteren aufbau vor diesem letzten geschütz das in kombination mit ihrer geringen hp zahl und ihrer relativ geringen panzerung die wir hier maximal von 152 millimeter haben ja macht dieses schiff eigentlich auch extrem anfällig gegen feindliche schlachtschiff granaten also bei der new orleans müsste man wirklich wie bei den russen sehr aufpassen wie man dem gegner gegenüber steht und man sollte sich wirklich vorher überlegen ob man jetzt hier wendet oder nicht ja also da immer mal ein auge drauf halten das kann ich euch nur empfehlen so dann haben wir hier ja die mogami ihr seht die trefferpunkte von der mogami für ein japanisches schiff gar nicht mal so schlecht aber die holen alle hier relativ gut auf 37.000 39.000 36.000 38.000 sie liegen also alle relativ nah beieinander momentan auf tier 8 kann kein schiff sich reparieren das geht erst ab tier 9 los also von daher zählt hier natürlich jeder krümel an hp pool mehr gibt dann doch schon ein wenig mehr sicherheit und da hat hier der deutsche die admiral hepper die nase natürlich vorne so dann haben wir hier den torpedoschutz bei den torpedoschutz war ich überrascht dass die mogami überhaupt torpedoschutz hat ja aber 16 prozent auch noch richtig gut und die schalz martell kommt ja auch mit 16 prozent wohingegen denn hier die engländer und die russen mit null chronics haben die usa immerhin mit vier aber das macht den kohl ehrlich gesagt auch nicht fett kommen wir wieder zu dem wichtigsten abschnitt der abschnitt der artillerie ja und hier sehen wir so ein schönes zwei klassen bild und zwar haben wir hier die großkalibrigen schiffe da haben wir usa mit 203 millimeter wir haben die deutsche mit 203 millimeter und wir haben die franzosen mit 203 millimeter wargaming spendiert diesem auch wirklich hohe werte was insgesamt artillerie angeht lasst euch davon aber nicht einschüchtern auch hier wieder bei den briten der schlechteste wert aber bei den briten trotzdem nachher die höchste dps also lasst euch von diesen wargaming artillerie wert einfach nicht in die irre führen ihr müsst selber herausfinden womit ihr klarkommt und womit ihr nicht klarkommt und hier nimmt die mogami halt ihre sonderstellung ein dass man wirklich sagen kann noch entweder nämlich die kleinen geschütze 155 millimeter oder die großen und das hat natürlich direkte auswirkung auch auf das spiel denn wir haben hier zehn sekunden reload gegen 15 sekunden reload namen wir haben hier bei denen bei den 155 millimeter geschütze eine kehre von 180 grad in 36 sekunden das ist ewig also das ist wirklich grauenvoll und da muss man die definitiv mit kapitän skill gegenwirken und ich glaube dort würde ich auch sogar module einbauen die da entgegen wirken auch wenn ich denn etwas auf meine reload verzichten müsste ja wir haben aber und das sieht man bei allen auch hier wieder hohes kaliber hohes kaliber hohes kaliber bei den hohen kalibern wenn wir dann mal hier schon runter springen bisschen spoilern was die dps zahl angeht wir haben bei den hohen kalibern immer relativ schlechte dps werte rein allein hier die franzosen die kommen wirklich auch auf einen guten dps wert sowieso die franzosen hier mit einer sehr sehr schön starken artillerie aufgestellt haben wir hier bei den deutschen 3600 dps wir haben hier bei der usa 3450 dps wenn wir jetzt uns die kleineren geschütze angucken dann kommen wir hier auf werte von 4950 genauso wie bei den russen 4950 und die briten toppen das ganze noch mal um ein kleines bisschen 4960 dps das ist schon echt mächtig nur alleine die franzosen die kommen ein bisschen dichter ran das ist dem geschuldet dass die franzosen hier eine reload haben von zehn sekunden und das mit 203 millimeter geschützen wirklich wirklich sehr stark so dann kommen wir hier einmal auf den streuungs wert den ich jetzt vorhin noch angekündigt habe da sehen wir jetzt mal den normierten wert auf zehn kilometer und da wird ganz klar dass hier die deutschen mit ihren geschützen am höchsten liegen mit 88 meter streuung auf zehn kilometer und die franzosen hier wirklich sehr schön auch den geringsten streuungs faktor haben aber nichtsdestotrotz sehen wir hier auch dass die anderen schiffe von der usa von den russen und von den japanern eigentlich sehr identisch liegen also auch wenn sich die werte hier oben so ein bisschen bisschen verteilen ist jetzt auch nicht so dolle aber man sieht das auch hier auf normiert zehn kilometer passiert da nicht viel wirklich nur hier die deutschen und die franzosen die gehen jeweils in unterschiedliche richtungen aber sei es drum bei den deutschen ist das ja eh schon so ein bisschen schlachtschiff feeling mit diesen dicken ap granaten hier haben wir den höchstwert von 5.900 schaden pro granate das ist so genial das macht so viel spaß kann man natürlich auch auf mein hepper video noch mal verweisen wenn es da knallt in der hütte dann ist aber richtig ramba zamba ja und hier haben wir noch mal ein bisschen ja ich will mal sagen gegenteil aber ist es ja gar nicht denn hier spielt uns wargaming auch wieder so ein bisschen ja falschen wert vor wir haben hier bei den briten wieder hier oben schon 34 wert da haben wir hier bei den deutschen angeblich schon fast das doppelte und dann haben wir hier auch noch 3100 schaden ap schaden das ist ja auch nicht so viel irgendwie kommt da nicht so wirklich gut rum aber einen sehr hohen dps wert und das ist einfach dem fakt geschuldet dass hier die briten mit 7,5 sekunden reload unterwegs sind das ist nämlich schon richtig gut und das ist ja auch die stärke der briten das spielt das sieht sich ja wie so ein leitfaden bei den briten von anfang bis zum ende durch sie haben immer dieses kleine kaliber von 152 mm da werden sie auch nicht drum herum kommen aber dafür haben sie eine extrem hohe reload eine extrem gute reload zeit einen sehr geringer wert schießen sehr schnell und ihre ap granaten kommen halt weil sie relativ langsam sind hier sehen wir den wert nochmal 841 metern bedeutet so viel dass die ap granaten ziemlich mit einem ziemlich großen winkel von oben in das schiff einschlagen was aber auch bedeutet dass wenn zum beispiel gegnerische schlachtschiffe oder andere kreuzer auf hoher distanz von einem britischen schiff angegriffen werden die granaten oben aufs deck einschlagen und nicht von der seite also quasi nicht seitlich in den in dem bauch hier werden die granaten einschlagen sondern die granaten die schlagen hier oben in das deck ein und dort ist die panzerung von vielen schiffen einfach nicht gegeben beziehungsweise sehr schwach 25 mm also da haben die granaten von hier oben in diesem winkel auch genauso leichtes spiel wie die granaten die hier von der seite rein drücken ja also das ist halt einfach ein bisschen vom spielstil abhängig aber je weiter man in diesen tierbereich nach oben kommt desto besser wird die panzerung von den schiffen an der seite und ja hier oben nimmt es aber nicht mit zu das heißt schiffe wie die amerikanischen schiffe und die britischen schiffe wir sehen es hier auch mit den usa die he geschwindigkeit und die ap geschwindigkeit sehr langsam das heißt die granaten kommen in diesen hohen bogen rein und die machen teilweise zitadellentreffer da wundert man sich wo gehen die denn da rein aber das liegt einfach an diesem winkel wie die einschlagen und machen trotzdem eine ganze menge schaden das muss man einfach mal im spiel so ein bisschen erleben dann weiß man auch so ein bisschen was ich meine aber den russen hat man diesen effekt eigentlich gar nicht bei den russen da muss man wirklich gezielt ja wirklich hier hin zielen und dann knallt es ja auch bei der new orleans ordentlich in der hütte bei den britten naja da reicht es auch wenn man hier so leicht hier oben hin zielt dann schlagen die granaten hier oben aufs deck ein und bohren sich von oben nach unten in das schiffrein und verursachen ganz gut der mitsch ja und hier ist auch natürlich beim tier 8 will ich immer so ein bisschen sagen tier 8 ist immer so der wegbereiter quasi bis tier 10 da ändert sich nicht mehr viel da geht es eigentlich immer so in diese eine richtung bei der mugami haben wir das jetzt zum beispiel wenn wir hier die dicken geschütze einbauen dann spielt sich die mugami tatsächlich schon auch die bookie annähernd schon so wie die zau da kann man dieses spielstil also die auch so die mechaniken der zau kann man schon dort gut trainieren und das haben wir hier tatsächlich in allen bäumen bei den amerikanern zum beispiel da wird die reload zeit schon ein wenig gesenkt das finde ich sehr gut das macht dieses schiff auch ein bisschen besser als die pensacola noch dazu kommt das usa schiff hier schon mit radar ausgestattet genauso wie die taschpaev die kommt hier auch schon mit radar ausgestattet und die taschpaev hier auch wieder mit ihren laser guns unterwegs mit einer guten reichweite schönes sniper schiff und das bleibt dann auch bis zur großen moskwa so beibehalten die deutschen sind da mehr so ein bisschen dieses störtelige dieses schickröten artige schlachtschiff feeling ja so geht tatsächlich schon die kreuzer in richtung schlachtkreuzer und bei den briten geht es halt immer mehr dass die im damage aufholen ihre art und weise wie man sie spielt ändert sich eigentlich nicht mehr das ist immer dieses sneaky sneaky ran nach vorne einnebeln aber dann kommt aber wenigstens jetzt mit den nächsten schiffen richtig damage rum und was ich sehr schön finde hier die franzosen holen hier richtig gut auf die franzosen hier eigentlich mit der besten artillerie aufgestellt sind wirklich nirgendwo schlecht aber haben wirklich überall also hier und da mal wirklich gute werte die raus stechen auch mit der reichweite mit der normalen standard reichweite von 17,6 kilometer auch ein sehr schönes schiff um auf distanz kämpfen zu können und das ist das was ich meine halt mit diesen schiffen auf range getrimmt zu flankieren aber dafür ja mit so einer hohen reichweite und dennoch von der flanke angreifen dafür finde ich sind einige maps wirklich zu klein also da finde ich das wirklich schon nachteil wenn man dann die franzosen spielt und man kriegt gewisse maps kommen wir nun zu den torpedos bei den torpedos natürlich sehr stark die japaner das war auch zu erwarten das bleibt auch so die japaner hier mit 16 torpedos ausgestattet diese ganzen torpedos auch mit zehn kilometer reichweite sehr sehr cool eine akzeptable geschwindigkeit und einen sehr guten damage wert dieser damage wert wird eigentlich nur übertroffen von den russen und hier war ich ein wenig überrascht das habe ich gar nicht gewusst als ich die taschpaev gespielt habe dass die torpedos wirklich mal viel mehr schaden machen normalerweise hat man bei den russen immer so ein torpedo damage wert von 14.400 schaden und die hier machen 17.933 und damit sogar mehr als der von den japanern allerdings das übliche leid man hat mit den russen hier nur vier kilometer reichweite hat auch nur drei torpedos pro seite und kommt damit auf einen ziemlich schlechten wert dafür dass man torpedos hat die amerikaner haben ja gar keine torpedos nur von 14 dass die wargaming wertung aber hier auch sei wieder gesagt die taschpaev ist halt ein wie ich finde scharfschützen also ein sniper kreuzer und hat im nahkampf nicht viel zu tun oder nicht viel zu suchen und wenn sie dann mal im nahkampf ist dann hat sie wenigstens torpedos die einen echt guten damage wert machen also ist das eigentlich noch alles alles im rahmen und finde ich gut balanzt kommen wir hier zu den deutschen die deutschen auch wieder mit ihren torpedos sechs kilometer das sind altbekannte die haben wir auch schon bei der bei der york im vorgängermodell gehabt der damage hier am schlechtesten 13.700 schaden aber ich meine 13.700 schaden sind 13.700 haben oder nicht haben das ist hier die frage und dafür kommt die admiral hipper mit zwölf torpedos das heißt sechs torpedos pro seite und das ganze in zwei werfern pro seite das heißt ja pro werfer drei torpedos und damit kann man eigentlich eine ganze menge anrichten auch hier wieder ein bisschen der verweis auf mein hipper video da sieht man das auch ganz gut dann haben wir die eddingberg die eddingberg kann ja ihre torpedos im einzelfeuer hintereinander abschießen hat leider nur sechs torpedos insgesamt das macht drei torpedos pro seite aber immerhin diese torpedos haben eine reichweite von zehn kilometern damit mehr als bei der fiji die hatten wenn ich mich nicht irre nur acht kilometer reichweite und kommen auch allesamt hier mit einem ganz guten tarnwert daher nur eben halt die japaner haben etwas schlechteren tarnwert und genau ein etwas schlechteren tarnwert bei der geschwindigkeit sind sie alle über 60 knoten angekommen da haben wir hier die franzosen mit nur in anführungsstrichen 60 knoten und eine reichweite aber trotzdem von neun kilometern die reload zeit muss ich aber sagen ist bei den kreuzern eigentlich sehr schön wir haben hier nur bei den japanern 101 sekunden aber das ist trotzdem weniger als zwei minuten finde ich völlig in ordnung in so einem spiel mal davon abgesehen dass die 16 torpedos hat bedeutet acht torpedos pro seite in zwei werfern pro seite macht vier torpedos pro werfer damit kann man wirklich eine ganze menge rumspielen und dieses schiff schon fast wie ein zerstörer gut positionieren und dann die torpedos auch gut am mann bringen da finde ich es auch nur fair mit 101 sekunden hier das schlechteste im rennen da haben wir die deutschen mit 68 sekunden das ist etwas mehr als eine minute eigentlich auch ein sehr sehr guter wert das spiegelt noch mal dem wieder wofür ich auch die hipper sehe rangehen ran an den speck und kämpfen so dann haben wir den damage wert habe ich schon einmal erläutert kommen wir hier zur flugabwehr und hier haben wir erstaunlicherweise bei der admiral hipper einen sehr guten wert von 57 da bin ich der meinung alles rausgerechnet zu haben was ich rausrechnen konnte sieht es mir nach wenn dieser wert vielleicht nicht ganz richtig ist vielleicht ist er ja auch bei 56 oder 55 vielleicht habe ich mich da irgendwo vertan ich bin aber der meinung ich habe ihn tatsächlich so ausgerechnet und nichtsdestotrotz sehen wir hier ein enges feld von den russen und von den briten und das spiegelt sich dann auch im spiel wieder einzig allein bei der usa hätte ich hier eigentlich gedacht dass die ein bisschen besser abschneiden aber dem ist noch nicht so da geht das erst mit der baltimore und der des moines richtig los nichtsdestotrotz sie ist vorhanden knapp bei den 50er werten nur eben halt allein die japaner die stinken hier ein bisschen ab allerdings macht das gar nicht allzu viel denn die japaner sind in der manövrierfähigkeit wieder top und das ist natürlich auch gut um torpedos auszuweichen wenn dann zum beispiel ein gegnerischer flugzeugträger einen angriff fliegt ihr seht das in meinem zau video nee das ist gar nicht das ist das video mit dem wo ich das zielen erkläre ja da weiche ich ja auch einen kompletten angriff von einem flugzeugträger aus bekommen nichtmals einen kleinen kratzer ich glaube ein torpedowerfer oder so fällt aus aber nicht mals damage gemacht und das ist halt der vorteil wenn man einmal eine frierfähiges schiff am start hat kann man so ein bisschen die flugabwehr zumindest für sich selber ausgleichen allerdings ist der support effekt mit seiner flotte also wenn ich jetzt sage ich beschütze ein anderes schiff gegen flugzeuge kann man natürlich mit einem wert von 40 nicht viel erwarten zur manövrierfähigkeit finde ich hier auch noch sehr schön da sind die amerikaner gar nicht schlecht sollte man nicht unterschätzen die amerikaner haben also die new orleans ist recht flink unterwegs mit guten ruderstellzeiten wenn man das noch ein bisschen aufbohrt ja dann geht da richtig was dann haben wir hier auch einen sehr kleinen wendekreis finde ich gut damit macht es die new orleans wieder ein bisschen interessanter und da kommt dann auch ein bisschen mehr spielspaß auf als bei der pencil cola die russen gewohnt schlecht also ja was soll man dazu sagen 890 meter wendekreis da lachen einige schlachtschiffe sogar drüber dann haben wir hier eine ruderstellzeit von 9,7 sekunden überhaupt würde ich so oder so immer nachhelfen aber trotzdem ist der grundwert schon ziemlich schlecht bei den deutschen haben wir halt ein bisschen das nachsehen in der höchstgeschwindigkeit aber selbst da dass wir sehen hier 32 32 5 dann haben wir hier 32 5 32 5 33 5 ist immer die frage so oft fährt man ja eigentlich als kreuzer nie vollgas in eine richtung sondern eigentlich sollte man immer mal ein bisschen kreuzen und dann verliert man sowieso an geschwindigkeit also von daher ist dieser wert völlig vernachlässigbar und noch nicht so wichtig abgesehen davon dass hier die franzosen wieder ihren motor boost zünden könnten und diesen werte nach oben katapultieren können um halt auch gut zerstörer jagen zu können dann haben wir hier unten den verborgenheitswert ja und wer hätte das gedacht hier bei der verborgenheit die briten am besten und unsere kleinen schlachtkreuzer der deutschen am schlechtesten eigentlich überhaupt keine überraschung ich fand hier noch ganz interessant dass die mogami endlich mal in ihre verborgenheitswerte runter geht ich hatte immer das gefühl dass die japaner eigentlich von anfang an bis zum ende immer einen extrem guten tarnwert hatten aber in den vergleichen waren sie dann doch immer so ein bisschen mittelmäßig nun geht das aber hier bergab also besser gesagt bergauf eben halt bis zur zau weil die zau wirklich auch schon einen extrem guten tarnwert hat den ganzen kann man natürlich auch noch mit modulen und kapitänskillungen nachhelfen und da hat man wirklich eine menge spielraum und kommt dann auch schon gut auf unter zehn kilometer mit der erkennbarkeit das ist natürlich schön zu sehen dass man hier solche werte hat wie 11,7 11,8 11,7 und hier noch 12,8 da kann man so ein bisschen runterdrücken diese 12,8 hat mich bei der taschpaiev ziemlich überrascht weil die russen eigentlich immer sehr sehr früh aufgehen aber das hatte ich wahrscheinlich immer so ein gefühl weil ich die kutus auf spiele und was dabei wert für bei der kutus auf rauskommt das sehen wir gleich und das bestätigt dann auch das wieder so ein bisschen was ich dann immer so erlebt habe im spiel ja damit werden wir dann hier quasi auch durch mit unseren standard kreuzern und da geht es dann immer weiter in die richtung die usa hier auf jeden fall nicht mehr allzu schlecht finde ich gut kriegt erst mal daumen hoch fängt so langsam an mit ihren geschützen richtig randale zu machen auch hier mit der reload ein bisschen gedrückt bei den japanern habt ihr hier bei der mugami wirklich das einzigartige dass ihr unterschiedliche waffen modifikation auswählen könnt testet mal bitte auch beides aus oder geschweige denn wenn ihr mit den kleinen geschützen gut klar kommt könnt ihr euch vielleicht wenn ihr nicht so viel credit points habt das geld sparen für die großen geschütze ich habe das damals auch gemacht ich habe mit diesen kleinen geschützen gespielt und ich fand das auch super witzig weil natürlich die reload ganz okay war und man hat halt also gefühlt hatte ich halt eine bessere brand statistik auch wenn wir hier sehen brand 10 prozent gegen 17 prozent aber hier kommt natürlich dann auch die reload zutrage und der fakt dass wir hier einfach mehr geschütze haben ja ich fand es ich fand es sehr witzig mit diesen 155 mm zu spielen ich kann es auf jeden fall jedem mal empfehlen das zumindest auszuprobieren denn die hipper brauche ich nicht viel zu sagen finde es immer noch ein sehr unterschätztes schiff finde ich immer noch sehr stark das schiff denn bei den britern sehr schön dass sie hier kontinuierlich an fahrt aufnehmen was ihr damage angeht finde ich klasse und ich habe auch nie das gefühl dass die briten wirklich zu stark sind einige die hacken ja mal darauf rum dass überall nebelbänke sind ja aber dann nimmt man sich halt mal ein bisschen die russen und die usa an die brust und geht damit radar gegen an also von daher finde ich das okay es muss einfach auch solche schiffe im spiel geben und das finde ich auch in ordnung und am meisten überrascht habe ich hier die franzosen zumindest von den werten her die charles mattel habe ich so noch nicht gespielt dass die hier auch in ihren artillerie bereich ordentlich an fahrt aufnimmt das finde ich auch sehr gut und das braucht sie auch dafür dass sie so ein schnelles schiffchen ist um ihm halt zu flankieren braucht man auch vernünftige waffen kommen wir jetzt mal zu dem premium schiffen ja bei den premium schiffen gerade auf tier 8 war wirklich sehr sehr viel aktivitäten im forum von wegen overpowered nicht overpowered und pay to win nicht pay to win ich hab das schon erwähnt die atago damals ich fand die auch super mächtig mittlerweile ist die atago und wir fangen jetzt mal hier einfach mit der atago an gar nicht mehr so mächtig sie ist minimal besser gepanzert ein bisschen mehr hp hat sie wir sehen es da hinten bei der mugami 39.100 hier sind 1000 lebenspunkte mehr dafür ein bisschen schlechtere panzerung die artillerie warum auch immer ist hier um ein wert besser angegeben dabei hat sie sogar noch eine sekunde reload dazu gekriegt 15 sekunden finde ich ja schon ätzend jetzt hat die atago 16 sekunden nicht dieser wert den habe ich noch nie so wirklich gelesen und ich kann mir auch gut vorstellen dass das so eine nerf aktion war um diese schiffe ein bisschen schlechter zu machen wir haben hier eine etwas bessere turmdrehgeschwindigkeit von einer sekunde wir sehen sie 30 reduziert auf 29 dafür streut das schiff mehr die damage werte fluggeschwindigkeiten sind die gleichen allerdings ist der dps wert runtergegangen aufgrund dessen dass der reload zeitfaktor nach oben gegangen ist ja und wir haben hier noch mal 100 meter mehr reichweite ja ob man das braucht weiß ich nicht also ich finde also diese werte anhand dieser werte würde ich mir persönlich nicht die atago kaufen das ist ein deal den ich nicht eingehen wollen würde geschweige denn für das geld dann haben wir die torpedos das ist genau das gleiche dann haben wir hier eine schlechtere flugabwehr die ja sowieso schon schlecht ist bei der mugami bei 40 wir haben hier 36 noch mal schlechter wir haben hier eine etwas bessere manövrierfähigkeit weil wir hier ein ticken schneller sind dafür haben wir einen höheren wendekreis und dafür haben wir eine schlechtere reaktionszeit ruderstellzeit und noch dazu kommt hier unten die werte bei der verborgenheit das schiff ist nicht ganz so gut verborgen allerdings muss man auch hier dazu sagen dass die mugami da muss ich mal kurz gucken die mugami kommt ja auch schon mit einer tarnung daher das sollte man auch nicht vergessen die tarnung die macht da ja noch mal vier prozent an verborgenheit also ja das ist dann halt dieser premium faktor kommt ja noch dazu dass man mehr erfahrungspunkte mehr credit points farmt ansonsten wir sehen hier die waffen anordnung ist die waffen anordnung der miyoko nicht der mugami dieses schiff hier insgesamt ist auch mehr eine miyoko als mugami was wirklich die atago immer noch sehr sehr stark macht ist einfach ihre torpedowerfer also wir haben die torpedowerfer hier erstmal ein bisschen weiter vorne angeordnet und diese torpedowerfer lassen sich hier wirklich in einen sehr guten winkel nach vorne hin abwerfen und auch nach hinten hin wenn wir das uns mal bei der mugami angucken die mugami trägt die torpedos immer noch hier am heck da sehen wir sie und eben halt wir können die torpedowerfer wieder maximal nach 90 grad nach vorne abwerfen ansonsten haben wir diesen bereich hinter uns das ist noch so ein fakt der wirklich bei der atago vorsticht also bei der atago haben wir wirklich die guten torpedos von den japanern ihr seht es auch hier sind die werfer etwas anders angeordnet hier drehen die nach vorne nach hinten raus und hier hinten drehen in diese richtung raus das macht einfach den unterschied und dementsprechend stark ist denn die atago auch mit ihren torpedos aber lohnt sich das ganze jetzt noch bei der atago es ist halt ein schickes premium schiff und ich finde die atago ja doch sie lohnt sich immer noch weil sie hat halt die dicken he geschütze und da würde ich denn zum beispiel die reload pushen aber wenn man wenn man die zau hat und wenn man eben halt ein anderes premium schiff besitzt wie die kutus off dann lohnt sich ist nicht mehr ja kommen wir jetzt mal zum thema kutus off wir gehen jetzt das ganze mal ein bisschen hier rückwärts durch denn die kutus off kann ich ja endlich mal darüber hin rumschwärmen ich gehe mal hier auf die kutus off die kutus off jetzt hier in ihrer version ohne flacken ohne tarnung ohne alles ohne kapitän ist wirklich verdammt stark so warum das ganze wir haben hier bei der kutus off wir sehen es einen ganz akzeptablen geschützwert ich vergleiche hier was hier grün markiert ist vergleiche ich übrigens gerade mit dem russischen pondong da haben wir hier einen wert von 53 hier von 55 deswegen ist der grün markiert und was macht diese kutus off jetzt eigentlich so stark erst mal hat sie einen vernünftigen hp pool von 40.700 punkten das ist jetzt eigentlich nur noch nicht mehr allzu viel entfernt von der hippa dann hat sie eine ganz gute panzerung für die kanonen aber die geschütze die geschütze sind eigentlich dieselben geschütze so von dps werten wir sehen es hier 4950 genau das gleiche wie bei den russen auch also bei den standard russen allerdings komme hier auf eine reichweite von 19,1 kilometer 19,1 kilometer und das ist denn doch schon wirklich wirklich übel ich habe hier keine reichweiten modul oder so drin aber 19,1 kilometer das ist eigentlich so eine reichweite die sonst schlachtschiffe fahren und dazu kommt einfach der fakt das schiff kann nebeln so das heißt wir können uns in eine nebelbank verkriechen und können auch sogar in dieser nebelbank denn ich sag mal im mittlerer distanz sehr gut kämpfen und wir können natürlich aus der nebelbank heraus auch noch schiffe beschießen die 19 kilometer weit entfernt sind und das mit mit dieser reload von acht sekunden der anzahl an geschützen mit zwölf prozent brandwahrscheinlichkeit dass man ja noch mit flacken und sowas nach oben treiben kann und kapitän skill das macht wirklich dieses schiff ein bisschen overpowered denn das ist wirklich fies man zündet damit haufenweise schiffe an und ich werde auch demnächst mal ein video mit der kutus of machen ich habe mir das bisher immer verkniffen weil eigentlich jede runde die ich mit der kutus of spiele ja da sind immer so so momente drin wo ich mir einfach denke so ist das fies aber es ist einfach so und ich werde da jetzt aber trotzdem mal ein video für euch machen damit ihr das mal sieht wie krass diese kutus of denn drauf ist und was man mit der anstellen kann denn wenn diese kutus of in ihren ich sag mal nicht wohlfühl bereich hinein kommt und damit meine ich den close combat fight hat diese kutus of auch noch richtig gute torpedos am start diese torpedos haben nämlich eine reichweite von also sie hat erstmal zehn torpedos das heißt fünf torpedos pro seite und okay eine reload von etwas mehr als zwei minuten aber acht kilometer reichweite alle kreuzer der russen haben eine reichweite von nein nicht alle das tier 9 pendant die die mitri donskoi hat auch acht kilometer die hat genau diese torpedos hier aber dieses tier 9 aber alle anderen kreuzer bis tier 9 bei den russen haben immer nur vier kilometer reichweite so und das bedeutet dieses schiff kann hier im nebel hocken mit ihren kanonen eigentlich das halbe spielfeld bespaßen und sollte denn doch mal irgendein schiff hin zu nahe kommen hat sie hier diese torpedowerfer wir sehen sie mittig angeordnet in einem sehr guten winkel kann sie die nach vorne und nach hinten rausschmeißen das ist wirklich schon gut und dennoch zum allen überfluss also nicht nur dass sie die guten geschütze hat mit einer hohen reichweite nein sie hat auch noch gute torpedos und an den besten flack wert also basisstandard flack wert von allen kreuzern auf stufe 8 also da macht sie die amerikaner mal richtig nass mit mit diesem wert 63 und die funktionieren auch wirklich gut also das macht auch immer einen heiden spaß ich habe die wenn ich mein kapitän und so drauf habe ist da auch noch flack gepusht dann geht die ab wie schmitz katze was was flugabwehr angeht kann sich dort auch wirklich mit zehner schiffen messen also das macht die kutus auch noch mal wirklich stark die einzigen schwachpunkte und hier kommen wir noch mal zu weiteren stärken sie ist nämlich gegenüber den standard russen modell wo haben wir den haben wir hier haben wir hier eine etwas schlechtere geschwindigkeit okay aber der wendekreis von 760 metern ist für ein russisches schiff nicht schlecht und wir haben hier eine ruder stellzeit also ich musste das rausrechnen aber trotzdem fünf sekunden eine ruder stellzeit von fünf sekunden dass da kommt kein anderes schiff im standard wert her und das macht dieses schiff tatsächlich enorm wendig und enorm flink und lässt dieses schiff auch gut aus aus gegnerischen beschussen hinaus fahren allerdings braucht sie das auch tatsächlich denn sie ist einfach ein weiches ziel brauchen wir nicht drüber reden es ist ein kreuzer da schlägt alles ein was nicht mied und nagelfest ist ja aber trotzdem ist das wirklich ein wenig unfair wir haben hier jetzt in der verborgenheit vielleicht so ein bisschen den nachteil tatsächlich ist es wenn wir die kutus auf spielen sind wir eigentlich immer der erste kreuzer der aufgeht mit 14,5 kilometer sichtbarkeit zu wasser rein alleine die die deutschen sind da genauso mies aber trotzdem ist das so der einzige negative faktor den wir so haben an der michael kutus auf ansonsten ist dieses schiff hier wirklich overpowered gewesen es ist ja momentan nicht zum verkauf sie haben das ja aus dem spiel genommen erst mal ja aber da seht ihr jetzt auch mal warum und dann können wir das ein bisschen nachvollziehen hier vielleicht mal noch ein paar tipps wenn ihr gegen eine kutus auf spielt macht der kutus auf ein wenig druck ja setzt sie unter druck die meisten piloten piloten sei schon so viel starstätten gespielt die meisten kapitäne nebeln nämlich sich sofort ein so und wenn die sich erstmal eingenebelt haben oder eingenebelt haben dann ist das wie bei den briten einfach kurz gucken von wo die beschuss also die schüsse aus dem nebel kommen und dann zum beispiel mit einer hippe oder was auf ap wechseln und direkt da rein schießen weil dann erwischt man diese schiffe sehr gut auch mit mit gut mit zitadellen treffern und kann die dann auch ganz gut so bekämpfen obwohl man sie nicht sieht also das so vielleicht ein bisschen für die michael kutus auf ach ja hier was natürlich auch noch ein bisschen unfair ist die briten die haben ja mit ihren nebel aktion haben die einen sehr kurzen zyklus also wenn sie den nebel aktivieren dann machen sie vielleicht zwei oder drei sondern nebel puffs und dann müssen sie drin stehen bleiben das heißt sind sie zu schnell und sie aktivieren ihre nebel bank dann fahren sie aus ihrer eigenen nebel bank mal heraus und fahren dann rückwärts wieder rein das sieht man immer wieder in irgendwelchen gefechten und bei der kutus auf die hat die nebelt wie ein zerstörer die kann ich weiß gar nicht die nebel aktion wie lange dauert die an da haben wir es aktiv für 20 sekunden also in diesen 20 sekunden hat man aber genug zeit das schiff komplett abzubremsen und das ist auch noch so etwas also ist ja schön und gut dass sie eine nebel bank hat aber dass die dann auch noch besser ist also ich finde sie persönlich besser als die von den briten ja das verhöhnt so ein bisschen in allen belangen die anderen schiffe so kommen wir jetzt zum nächsten schiff ein schiff haben wir hier noch in dem premium kategorie das ist die prinz eugen und die prinz eugen gegen die admiral hipper verglichen ist natürlich die admiral hipper ist natürlich auch insgesamt sehr stark das heißt die prinz eugen ist auch insgesamt sehr stark aber wenn man die beiden vergleicht dann haben wir hier bei der prinz eugen etwas mehr lebenspunkte da hat sie den höchsten wert von allen kreuzern mit 45.000 lebenspunkten das ist auch schon wirklich ein sehr guter wert dann haben wir eine ganze menge ähnlichkeiten da brauchen wir nicht weiter darüber reden artillerie ist gleich wir haben hier torpedos gleich bei der flugabwehr müsste ähnlich sein also der wert von 57 ist der wert definitiv von der prinz eugen der wert von der hipper ist ausgerechnet kam ich auch glaube ich auf 57 aber hier bitte bedenken ich kann mich hier auch irgendwo verrechnet haben dann ist der vielleicht ein bisschen schlechter aber sei es drum das dürfte nicht viel abweichen doch wir tauschen im gegenzug dass wir hier oben ein bisschen mehr hp bekommen tauschen wir hier unten etwas an unserer manövrierfähigkeit ein wir haben hier die höchste ruderstellzeit von allen kreuzern mit 10,9 sekunden da muss definitiv nachgeholfen werden und wir haben hier statt 740 haben wir hier 770 meter wendekreis okay das ist vielleicht nicht so gravierend aber definitiv dieser wert hier von 10,9 da muss was getan werden und die verborgenheit da haben wir tatsächlich ein wert der noch schlechter ist als der von akutus hoff das habe ich gar nicht gewusst ich dachte der von akutus hoff wäre der schlechteste aber nö der von der prinz eugen ist noch schlechter da lohnt sich das gar nicht im nebel überhaupt zu schießen weil bei 9,1 kilometer ja da ist bestimmt irgendwo ein zerstörer in der nähe der einen trotzdem sieht also bei der prinz eugen ich finde die prinz eugen einfach nur ein wunder wunder wunderschönes schiff und jeder der sich mit der geschichte von der prinz eugen ein wenig auskennt ja der ist vielleicht verlockt dieses schiff als sammler schiff zu kaufen aber mehr würde ich auch für diese schiffe nicht sehen es ist einfach eine hippa sie hat nicht große unterschiede zur hippa ist denn halt eine hippa im premium mehr aber dann auch nicht ja bisschen schade ich dachte hier kommt vielleicht ein bisschen mehr noch defizite oder so unterschiede raus aber historisch gesehen war es dann waren das ja auch schwesterschiffe also von daher ja sie ist halt nur eins der wenigen schlachtschiffe die tatsächlich den zweiten weltkrieg überlebt haben von den deutschen schlachten von den deutschen schiffen und diese schiffchen hat sogar zwei atomtests überlebt als einzige überlebt und selbst nachher als man sie versenken wollte hat das auch nicht unbedingt geklappt ja sie war denn als als kriegsbeute war sie technologisch gesehen so weit voraus gegenüber den anderen schiffen dass sie amerikaner die dieses schiff bekommen haben deutsche boots leute einstellen mussten weil die einfach nicht gerallt haben wie dieses schiff funktioniert ja und dann war es auch nachher so dass dieses schiff von der technik her weggebend war für fast alle antriebstechnologien die mit denen die schiffe heutzutage unterwegs waren also dementsprechend ist die prinz eugen ein extrem geschichtsträchtiges schiff und ja dafür kann man natürlich dann auch das geld ausgeben allerdings ich finde 11.000 dublon das sollte man sich wirklich gut überlegen da hat man mit der türpitz eigentlich den besseren oder ich sag mal mehr nutzen mehr mehr plus an spiel spaß weil die prinz eugen mit der hippe ja weiß ich nicht ich finde das ein bisschen teuer also da würde ich mir dann doch eher die atago kaufen die kostet nicht ganz so viel ich glaube 50 500 dublon weniger ach nee mittlerweile nur 300 dublon weniger ja muss jeder für sich selber wissen so und ich glaube damit sind wir dann auch durch genau das war's mit den achterkreuzern die belfast konnte ich jetzt hier nicht mit reinnehmen weil die belfast habe ich persönlich nie gespielt und ich könnte mir zwar die werte noch von irgendwo holen aber ich könnte sie nicht interpretieren deswegen habe ich es einfach gelassen bevor ich hier nämlich irgendeinen stuss zusammen rede mit einem schiff mit dem ich mich überhaupt nicht auskenne habe ich das gelassen die kutus auf habe ich hier reingeholt weil ich sie wirklich in und auswendig kenne ich habe sehr 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 viel zeit mit diesem schiff verbracht und dementsprechend konnte ich da auch mein senf noch dazu geben ich hoffe das war wieder ein wenig informativ für euch ihr konntet da so ein bisschen nutzen rausziehen aus dieser ganzen geschichte und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten video wenn es denn um die neuner schiffe geht also bis dahin ciao ciao ja 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 ja